hallo leute wir spielen verbrannte erde heute bei bayonetta das wird ganz köstlich ich gehe mal ein kleines bisschen höher mit dem sound ein bisschen niedriger so wir müssen passen und wir spielen ja man sich nichts uff oh gott Wenn ich dein Kind war, dann wäre ich eine wunderschöne wunderschön, würde ich nicht? Deine ist nur eine Mutter, die ich liebte, und eine, die ich nie vergessen könnte. Wenn nur ich mich daran erinnern würde, woher ich bin. Ich schreibe mich. Ich schreibe mich. Ich schreibe mich nicht, dass ich das nicht schreibe. Ich schreibe mich nicht. Nein, nein! Kein Begrüß! Du bist in kein Position, um das zu entscheiden. Du wißt du, meine Infernal Partner lieben meine Möglichkeit zu eliminieren deiner Kind. Ich denke, dass dein Sacrifice sie aufhören würde. Ah ja, das meinte alles mit verbrannter Erde. Geht's toll? Ähm... Geht's! Ich muss jetzt erst mal wieder... Boah! Ach, die sind ja gemein! Die sind ja gemein! Die kann sich nicht anfassen, weil es da ein Schaden allein ist. Das ist ja gemein! Jetzt werden hier Punkte in der B-Note. Aber wirklich, ich kann gar nichts machen. Ich kann gar nicht mehr den... Vielleicht will sie angreifen, soll ich mal ausweichen? Dann ist das eine bessere Chance. Ja, könnte vielleicht was sein. Eine Grenze, nämlich eine Zwischen... Ja, genau! Schau! Das ist ja auch... Ne, komm. Au! Oh, got it. Das ist ja mega anstrengend, wenn man keinen Schaden nehmen sollte. Der macht es nicht gerade besser hier. Seinen komischen Gedöns quer. Ich habe hier einiges Gefühl, ich muss rennen. Ich habe gerade keine Zeit zum Spielen. Ich habe gerade überhaupt keine Zeit zum Spielen. Ich muss rennen. Ich habe doch gesagt, ich habe keine Zeit zum Spielen. Mein Gott. Was ist das? Fairness. Second Spare. Spare. Toll. Au, der macht ja richtig voll Schaden. Au, 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 ja. Ist ja gerade mal ein paar Minütchen vergangen. Kann ich überspringen? Ja. Kann ich. Oh. Schnell. Ich muss auf die Fressleiste. Uh, uh, uh. Ah, ah. Hundchen, das tut weh. Und direkt angreifen kann ich. Ah, ne, da. Er brennt. Elite Fotzenknecht. Große. Da ist er. Ach, hier kommt man. Direkt. Ah. 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 Nachher ist er parallelisiert, dann habe ich eine gute Chance. Au. Es gibt wieder Punktabzug in der B-Note hier. Der kotzt mich jetzt, schau ich dich an. Das ist richtig toll. Auslassen, ja bitte. Ah, der nervt. Der nervt. Brabastisch. Boah, du kannst echt in der Wedel-Mystewist. Mein Gott. Hey, der konnte ja jetzt nicht stressen. Ach, das war ein Mini-Boss. Kommt nochmal. Ja, toll. Er hat trotzdem Silber gekriegt. Wahnsinn. Sauber in der Mitte zerteilt. Ja, sauber schaut auch anders daraus, aber gut, okay. Lassen wir es mal nicht durchgehen. Warum war ich jetzt fast nackig? Böses Spiel. Was ist da hinten? Da hinten ist das ganzes Goldnis. Das will ich auch noch haben. Das war schon. Kein Leben, Upgrade, nix. Oh mein Gott. Wenn es denn sein muss. So, wo bin ich jetzt lang? Da habe ich gerade die EP aufgehoben, also muss ich da wahrscheinlich lang. Kann ich gerade ein Auto schmeißen? Will ich aber nicht. Nein, nein. Okay. 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 Okay... Ja, so geht's... Wow... ...Frainfuck eh... So geht's halt nun mal auch, ne? So geht's halt nun mal auch, ne? ... 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 Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich hier runter... ... 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 80 Megatonnen, komm. Kein Schaden. Kein Witz. Erst beim ersten Mal. Jetzt krieg ich Schaden. Ich wollte auch das Geld eins haben. Hallo? Was ist mit dir los? Oh, Alter Schwede. Achso, hat sich ein Wicht durchgeschossen durch die Lange. Alter Schwede. Wo ist mit meinem Guide? Wo ist mit meiner IP? Ist hier los? Ah, hier gibt es sonst ein... Geheimnis. Zerbrochene Mondperle. Ein Stück. Oh, jetzt ist die Kraft. Oh, die Zauberkraft hat er nicht gesehen. Nachs meines Zauberkraft. Yey. Jetzt kann ich noch mehr zaubern. Jetzt hab ich Zauber. Zauberhaft. Hu. Ach komm. 100 Schaden. Aber jeden Mal passieren. Alter Schwede, komm zu rüber. Boah. Ich weiß nicht, was ist da hinten. Wie geht's? Da kommt man? Jawoll. Was ist das denn da hier? Achso, das ist ja... Ne, ne, da brauche ich jetzt nix. Ich will mir nix kaufen während der Mission. Das ist... Cheaten. Für mich. Ach, ich will jetzt nicht auf Details gehen. Nein, will ich jetzt nicht. Nein, 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 nein. Verlassen, danke, bitte. Will es keiner lesen. Das ist ein uraltes Gebiet, das einem Tor ähnelt. Stargate. In der Katakombe noch finden Sie möglicherweise noch eine Nachweise auf die von den alten Zivilisationen geschaffene Stadt. Jawoll. Auf Stargate. Auf zum Stargate. Na, nicht die Folge so. Ist blöd. Ehrlich? Ach. Das ist doof jetzt, ne? So richtig an die Wand entlang hangen, möchte ich ja auch nicht. Der ist schon blöd, das ist ja langweilig. Ich lade ihn wieder. Yay. Dann muss ich hier mal checken. Oh. Okay. Yay, Stargate. Wow. Ja, das ist definitiv, was da geht. Alles so friedlich. Garten des Lichts. Paradiso. Ach, das ist dann das Paradies. Ist ja geil. So schaut das dann also aus. Und das war ein wenig zu früh. Da muss ich da innerhalb von der Zeit da durch. Das ist ja stressig. Oder auch nicht. Was ist das hier? Nebel, den ziehen wir einfach mal. Eine Zeit. Okay. Ja, würde ich irgendwann irgendwie brauchen. So braucht mir das Hexenherz. Keine Ahnung, wozu ich jetzt die Zeit hier brauche. Ah. Kann ich hier irgendwas zurückdrehen dann? Ist ja Zeit. Das würde ich natürlich auf Dauer haben. Die Frage ist, komme ich jetzt einfach wieder so zurück? Ja, eigentlich schon, ne? Müsst ja sogar... War Glück. Oder so. Okay. Jetzt ist das Tor wieder zugegangen. Was ist rein, sowas? So, mal gucken. Okay. Wow. Das war's für heute. ich glaube jetzt habe ich das erste mal natürlich habe ich schaden genommen aber trotzdem platin gekriegt so muss das halt laufen das schaut eigentlich voll bedrohlich aus für ihr so leg dich nicht mit mir an ich bin voll gefährlich weiter schwelle was hier los eh? weiter chill mal fuck es ist nicht schön los, es ist auch es ist nicht schön los, es ist auch mein gott was würde mich denn da jetzt schon wieder tot sehen controller vibriert wie so ein dreck sau ich weiß worauf es hinausläuft jetzt auf die mystische kraft namens ich lasse mir keine steine auf dem kopf regnen da müssen so fiese steile sein wer schmeißt die runter, das ist doch voll gemein nein toll jetzt ist der mond wieder behangen und ich kann wieder nichts machen jetzt ist wieder dieses blut mond gedöns aber ich geh zuhause wie sich der brand entlegen schau aus wie babel jetzt herbeginn das ist irgendeine anspielung oder so oder für kartenausbruch was ist denn das jetzt ein cooles serium ne? da beginne ich jetzt ein endboss und die läuft automatisch lädt jup pitel 3 verbrannte erde beendet vieles ach komm nur ein stein ernsthaft für dreimal platin kriege ich nur ein stein zweimal gold ehrlich das ist jetzt das weigere ich mich doch das machen wir jetzt auch noch zusammen 31 punkte eine verletzung ich könnte jetzt durch die punkte eigentlich immer was kaufen oder benutze eine magische Barrierehütte aus Hexenherz eine Heilscheide sein Lebenskraftzeit das ist ein kapitel wirksam alles klar schade das muss ich nicht kaufen kann wo ist die Lutsche hier die Lutsche bin ich jetzt aber nicht die kann ich mir kaufen ganz ehrlich ja dann sehen wir uns das nächste Mal in Kapitel 5 ne 4 ist das jetzt wo wir auf E3 Entschuldigung die Kardinal Tugend der Tapferkeit Tugend der Tapferkeit gut was auch immer also dann bist du nächstes Mal wo ist es wo ist es es da es ist Untertitelung des ZDF, 2020